Es steht das Topspiel an. Leicester City gegen Arsenal London. Die Gunners zu Gast im King Power Stadium. Ich bin mal gespannt auf welchem Platz sie in der Tabelle stehen. Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Sie stehen auf vier. Wir sind sechs Punkte vor Everton. Ich werde so als hätten die anderen keinen erfolgreichen Start gehabt in die Saison. Was gut für uns ist, mit 14 Toren sind wir das treffsicherste Team. Zwei vor Manchester United. Das freut mich sehr und Kevin Friend, hoffentlich machte seinen Namen all der Ehre, ist heute Schiedsrichter hier bei diesem schönen Nachmittagsspiel bei leicht bewölktem Hingel in Leicester. Wir schauen, wie Arsenal das Ganze angehen wird. Über Hector Bellerin, Eleni, da Cairn Gibbs, Aaron Ramsey, Olivier Giroud gegen Robert Huth. Legt nach oben ab. Da kommt Campbell und Fuchs. Erstmal vorbei. Campbell. 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 1 zu 0 Arsenal. Oh, ist das bitter. So früh. So früh. Dann noch. Ah. 1 zu 0 Joel Campbell. Aber wir haben 90 Minuten. Davon ist jetzt erstmal ein Teil gespielt. Und wir können auch alles richten. Tillemanns. Ah. Bleibt hängen. Ramsey. Tillemanns. Gute Überlauberung. In La. Philippe Andersson. Philippe Andersson. Scheech und Vardy drüber. Ah. Die Riesenchance für Jamie Vardy. Aber er ist nun mal Rechtsfuß. Aber den hätte er ruhig mal machen können. Hector Bellerin. Monreal. Giro. Fuchs. Ist mir sicher. In La. Gute Idee Richtung. Pato. Ball kommt nicht an. Bellerin. Gips. Ramsey. Vorteil Arsenal. Nach Foul an Campbell. Walcott. Heute über die linke Seite. Viel Pass. Arsenal. Jetzt muss es schnell gehen. Aber Philippe Andersson bleibt hängen. An Hector Bellerin. Campbell. Ah, Fuchs. Erstmal dazwischen. Bänderin mit dem Seitenwechsel zu Monreal. Den verspringt der Ball ein wenig. Jetzt auch noch der Fehlpass und der direkte Konter. Hier war Alexandra Pato. Der ist schnell. Pato. 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 Pato gegen Tschech. Pato. Wadi. Nein. Verpasst er den Ball. Indler. Kommt er noch ran. Tiedemanns. Pato. Pato. Mahrez. Mahrez. Das ist kein Elfmeterballball gespielt. Santi Casola und Pato. Super. Tiedemanns. Philippe Andersson. Indler. Oh, und dann ist Monreal dazwischen. Schade. Ramsey. Gibbs. Spielt nach oben. Zu Hector. Bellerin. Campbell. Foul. Vorurteil. Und jetzt das Foul. den Freistoß kurz aus. Oh, und dann kommt da Casola noch gerade so dran. Was versucht der denn hier? Also, so spielen wir ja hier nicht. Und da ist der wunderschöne Ball zu Mahrez. Und der macht das gut. Der macht das gut. Hat sich den gut vorgelegt. Mahrez. 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 Schech. Eine unfassbare Parade. Fuchs. Pato. Simpson. Weil wir sitzen, steht noch. Und dann, alter Vardy. Alter, war das ein schlechter Pass. Alter, war der schlecht. Oh, super. Philipp Andersson. Und jetzt. Tschech wieder mit dem Fuß da. Ecke. Vielleicht ja was über unsere Kopfballstarken, Leute. Tschech ist schon wieder da. Eine Chance kriegen wir noch. Simpson. Abgeblockte Flanke. Und Wolk hat dann den Ball im Spiel. Das war es für die erste Halbzeit. Wir liegen 0-1 hinten. Zweite Halbzeit. Muss was kommen. Da muss was kommen. Vielleicht Dier einwechseln anstatt Mahrez. Oh, jetzt ist Santi Casola dazwischen. Giroud. Wo ist eigentlich Özil? Ist die Frage. Kann gut sein, dass der gewechselt ist im Transferfenster. Sowas weiß man ja nie. Gips. Hoch zu Montreal. Memsi. Giroud. Giroud. Und jetzt macht das Arsenal ganz clever. Jetzt. Hat mein PC nicht seine Phasen. Ich kann gerade nicht auf Sicht. Er hat gerade Lacks. Jetzt nicht mehr. Philippa Andersson. Da kommt aber Tschech. Oder der geht sowieso uns aus. Ja, der geht sowieso uns aus. Wir machen offensiver. Also wenigstens den Ausgleich möchte ich in dieser Partie. Im Unentschieden wäre ich zufrieden gegen Arsenal. Ah, so knapp. Jawohl, ein Wurf für uns. Rollkotts. Ja, der ist natürlich schnell. Und der geht ins Aus. Viel Pass von Tiedemanns. Viel Pass von Walcott. Tiedemanns zieht mal weiter. Und. Jawohl. Inla. Vardy. Aber dann gegen fünf Leute da hinten. Da wird es dann zu schwer. Tiedemanns. Richtung Philippa Andersson. Da kommt Tschech. Und es wäre sowieso Absatz gewesen. Mann. Mann. Rennen. Gips. Schön unter Druck gesetzt. Schön. Inla. Pato. Und dann schafft Kieran Gips ernsthaft irgendwie an diesen Ball zu kommen. Simpson. Bleibt hängen an Ramsey. Ta. Mares. Simpson. Flank. Und da ist schon wieder Tschech. Das gibt es ja nicht. Philippa Andersson. Fuchs. Oh. Fuchs. Mann. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Kämpfer muss auf den Befreiungsschlag dann gehen. Robert Huth. Inla. Inla. Schön. Nein. Tisch. Tisch. Nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Er zauft. Wie hat er den gehalten? Unmenschlich. Wie eine Garzelle. Thielemanns. Thielemanns. Ja. Mares. Ausgleich. Ausgleich. Hol den Ball. Hol den Ball. Los geht's, Junge. Mares. Hol den Ball. Los geht's. Ausgleich. Drei Minuten. Drei Minuten. Drei Minuten. Ich dachte nicht, dass der Ball reingehen wird. Thielemanns. Vardy verpasst. Und dann Mares. Aus dem Winkel. Ich glaube es nicht. Aus dem Winkel macht er den rein. Mit seinem schwachen Rechten. Und jetzt nochmal alles geben, Leute. Volle Offensivkraft. Auf geht's. Vielleicht schaffen wir noch den Führungstreffer. Ne. Ne. Komm. Simson. Da. Oh. Da war einer dran. Ecke. Ne. Ne. Das war's. Aber. Wir haben. Gekämpft. Wir haben gerackert. Für diesen Punkt. Gegen Arsenal. Puh. Und der ist verdient. Verdienter Punkt. Gegen Arsenal. 1-1. Puh. Hätte jetzt noch am Ende das Tor geben können. Aber ich bin jetzt erstmal mit dem Punkt zufrieden. Sehen wir mal auf die Tabelle. Ja. Immer noch unbesiegt. Nach sieben Spieltagen. Das lässt sich doch sehen. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gegen. Norwich City. Tschüss.